Ja, da arbeite ich auch dran. In die Nähe zu kommen. Man möchte diese Season dann doch nicht so hart verkacken. Es machte mir tatsächlich auch wieder einigermaßen Spaß. Hätte ich nicht sagen dürfen. Brutto, es sieht doch geil aus. Du hast die Sea Serpent, du hast gewonnen. Ich intimide der Sea Serpent immer. Die ist so nice. Ich liebe diese Einheit. Und der Hero. Den Hero gibt es auch. Das ist gut. Wir haben den Hero. Ne, wir sind die... Nimm zwei Minis. Heroes of the Storm. Heroes. Heroes. Hero. Boah! Jao, iso. Joaah! Gut geschlafen? Ist dir aufgefallen, dass der Tempest Pierce Damage macht? Stimmt. Mir ist aufgefallen, dass der auf einmal irgendwie usefuler ist. Ja, auf der 4 ist der mega krass. Der greift halt passiv fliegende Einheiten an. Und die ausgebauten Version trifft drei roten Einheiten gleichzeitig. Das ist schon ziemlich nice. Wir gehen für die 4. Ja, wir gehen für die 4. Ja, sieht ziemlich nice aus aus 4. Na du? Weil Ikid, Berserker und Nightmare wir können 4 vergessen. Auf die 3 gehen. Wurde auf 3. Schaffe ich glaube ich nicht. Ich kann erst nach 2 Uhr gehen. Machen wir dann. Halt in. Wir können wir die auf jeden Fall schwer liegen. Wobei wir können auch 4 die Puls gehen, ne? Wir sollten auch 4 Puls gehen, dann könnten wir auch liegen. Ich weiß nicht, Berserker liegt glaube ich mit Bluten nicht. Aber ganz so ein rarer Problem, aber. Wir sind jetzt ziemlich stark auf 4 leider. Wir finden sie jetzt raus. Believe it's where it's in. Believe it's where it's in. Nächste Frage. Siehst du auf ein P, 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 P. Weißt du dich auch schon so auf die Exkursionswoche? Wo wärst du denn hin? Du. Ich denke mir halt jedes Mal so, okay. Eine Woche frei. Exakt. Musiker ausnahm, also mein ich zur Uni. Kapper. Ja, was man kann, ne? Genau, man tut was man kann. Hast du schon einen Cent bekommen? Schön. Ich schaff keine Brut. Ist in Ordnung. Da hast du? Nee, die ist im Moment arbeiten. Okay, wunderbar. Tschüss. Warum bestellt man über Katalog? Das ist ne gute Frage. Ich werde alte Frauen nie verstehen. Hier ist der und der von Bonprix. Prie. Ist denn um die Uhrzeit zu Hause? Das denke ich mal auch. Wobei, Leute, die über Katalog bestellen, sind vermutlich in Rente. Größtenteils. Hauptsächlich. Ist doch zu Hause. Er hat den Gargoyle geplaced. Elendiger. Deiner hält auch, ne? Ich schick mir. Ich hab mich ja nun noch nicht gesendet. Ach so? Hä? Okay. Okay. Äh, 6? Fünf, mein ich. Okay. Dein Proton klärt, ne? Nee, leider nicht. Ärgerlich. Dem war das doch schon ein Atom. Echt? Nee. Doch. Nee, nee, ist ein Proton. Oh. Fert. Ach stimmt, ich hatte mich dagegen entschieden. Und die Doppel-C-Suppent gesetzt. Genau. So. Man hat es saved. Man will ja nicht liegen, ne? Für die 5 meinst du? Ja, doch. Gäb's den direkt in Drake, ne? Das ist halt eh ne gute Idee. Drake auf 5. Ist man dieselben durch auf 6, wie es scheint? Weil der hat so viel Gargoyles. Würde ich da wirklich für den Drake gehen? Bei so vielen Gargoyles? Hm. Also ich glaube, ich geh auf die Brood. Trotzdem. Bringen die jetzt jede Woche ne neue Klasse, äh, ne neue Unit raus eigentlich? Richtig. Ich spiel im Moment nicht so viel. Bin beschäftigt mit Relive und so. Achso. Ja, ja gut. Passiert dem Besten, ne? Passiert dem Besten. Hoffentlich liegen die jetzt ordentlich. Sehr schlecht. Sonst wäre nicht gut. Man hat es jetzt seit 4 Runden auf 6. Das wird eklig, glaube ich. Man hat jetzt zum Glück geschickt, das heißt, wenn du hältst, dann haben wir Sporter. Ja, ich hab dich auf der Wave. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es erwähnt hatte, aber ich inter immer ziemlich hart, wenn ich die C-Sorten bekomme. Oh. Ne, ne, kein Ding. Hab dich. Bei deiner Bank ist noch quasi full life. Und mein Typ hält natürlich. So, wie was es gewesen wäre. Oh, die Doppelboot kommt da doch durch, ne? Ach, der hat sein Puri geboostet. Das ist ja natürlich Smart von ihm gewesen. Ja, gemein, diese Boots sind so gut auch auf dem Gollum-Verein. Ja, das stimmt. Die bringe den Gollum jetzt. Oh, wir kriegen sogar King, der mit auf die. Geil. Der mal nicht so einen Kassentypen wie mich. Der einfach für den wir irgendwie einfach mal zusammen, ne? Ja, 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 ja. Könnte liegen, an mir. Snapchart, was sagt Snapchart? 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 Snapchart kann reden. Snapchart. Safety Mall. Hä? Ne, er geht für den Imp. Ja, gut. Walker. Lecker. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ach, kein Amor, das braucht man nicht, ne? Nee, nee, brauchen wir nicht. Checken wir? Äh, 7? Jetzt? Man hat Gargoyles. Ich würde eher so auf 9 schicken wollen. Oder auf 10. Hat er auch Gargoyles? Ja, man hat auch Gargoyles. Sind ja range. Die Fischler. Kein Ding, ich hab dich. Oh, was ist denn da passiert? Warum bin ich? Don't know. Kann man vielleicht doch Arcan Armor. Könnte das der Grund sein? Braucht man die? Machst du überhaupt welche? Nee, leider nicht. Ach so. Nee, ich hab ja Canopies. Canopies? Kannst du sagen was du willst, aber auch selbst auf den höchsten Grafikeinstellungen sieht das Auge vom Canopy oben auf dem Deckel nicht aus wie ein Auge. Das sieht eher aus wie ein... Das ist ein Auge? Ja, das soll ein Auge sein. Ja, das ist irgendeine Schleimdrüse, oder? Ja. Ja. Wie ist der Gift da aus, oder? Der Canopus. Der Canopus. Exakt. Sehen wo seid ich Mittwoch wieder? Ja. Ja. Du musst halt nur schauen, wo was wie lang. Beim Mittwoch treffe ich mal Freundinnen, bevor die wieder in die Heimat fährt. Okay. Das ist importisch. Wie meint ihr die Nachmittagszeit? Ich bin 200 Unterbellen? Hä? Über die Exkursionswoche fährt hier wieder nach Haulpe. Oh. Okay. Dann... Ich... Dann würde ich jetzt mal... Ja. Safetywall damit. Okay. Hm. Ich würde jetzt gerne einen Walker geben, aber dann fehlen mir 11 Gold. Das will ich nicht. 5 Gold. Eben wie optimal. Das stimmt. Was von liegen. Ich glaube ich hab das. Also ich denke. Soll das. Dass ich am Anfang so lange gesaved hab, wenn du so viel in kam. Hat das mehr als ich? Ja inzwischen aber. GF 10? Aber warum? Der hat mir geschickt. also... Ich werde jetzt richtig hart liegen, aber du hast mich ja. Ich hab dich. Meine ganze Wave meine ich. Ja, kein Problem. Keine Kendo Pies. Ich liebe die Kendo Pies. Der hat einfach 6... Ne. 10 Bazookas da stehen. Ich hab mich schon ein bisschen auf. Weil das funktioniert, obwohl du eben die Safetywall mitgeschickt hast. Ja. Der hält das dann. Halt einfach. Wo der liegt denn Hörmelt? Das kann natürlich auch sein. Der hält zum Glück nicht gut genug. Er hält halt gut genug. Hörmelt, mach sie fertig! Woi, warum bewegt sich der Hörmelt bei mir nicht mehr? Jetzt. Eben kurz ein Leck. Der hält mit einer Basuka. So, geht hier. Was ist das? Ich dachte, dieses reduzierten Schaden von Rangeeinheiten um 15%. Ich dachte, das bringt was. Eigentlich 15% von 30 sind... Knapp 6. Darfst du gar nicht denken. 6. Safetymall reduziert Schaden um 5. Also 11 Schaden weniger. Das heißt, die machen 21 Schaden. Das ist Impact, also machen die wieder 25. Dann bringt das Ding ja gar nichts. RIP. Rippinrhon Resident. Gehe ich in White Men? Oder Ranger? Ranger? Baby. Du hast dich nicht, ne? Äh, doch. Es sollte. Gut, trage mich. Ich driving euch meingon mein bone. Ich driving euch! Äh, gehen wir auf Elf? oder macht 13 macht mehr Sinn ne? einfach direkt durch auf 13, ich mein wir haben uns eh schon Punkt gesaved, dann ist das auch egal 220, was kommt denn da mit? wir saft die mal, ne Brute, zwei Schnecken gut eigentlich nichts was irgendwie so bedrohlich wäre oder? ne, eigentlich nicht hm ich krieg grad trotzdem ein bisschen Herzklopfen muss ich sagen wir könnten ja ruhig mal starten, können wir aber nicht mehr die Geschichter ärgerlich ich glaub das ist halt halt nicht glaub ich, es ist die Mauer zu krass sich dich nur jedes Mal tragen, ne? das ist erstmal was ich liebe ich fühl mich schlecht du recht du liegst, ne du liegst nicht, du hältst guter Mann aber für Hiro 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 doch wie Jans Netzer können jetzt gehen, für Jans Netzer ja ich selbst die Beschickte sind der ersten Nachkurs, ne? oder wie Gino ich weiß nicht, wie schon geschickt das schon egal wir können auch Jans Netzer Hiro ist als Helfer ja wir gehen hier wir können jetzt trotzdem oder wie sieht es aus ja, ja das ist ja jetzt ist schon zu schlecht ich bin dumm never hero me sind die auch wieder übergegangen? dieser Koch die sind... was sind die gegangen? habe ich Schnecken bekommen? ich habe noch nichts bekommen, also ich kann es nicht beurteilen ja doch ja doch, die haben... die sind Stats gegangen ok weil der hat auch keine Höhle weil der hat auch keine Höhle die sind dann jetzt nicht gemeinsam oder sowas ja kommen ja erstmal nicht mehr so viele Ranged Waves also ich meine die Schnecken sind immer okayisch ja immer mehrwertig wo ist denn einer schlecht? 13, ne? aber du brauchst einen Centauron, glaube ich, ne? mittlerweile um da durchzukommen Daphne OP haste ja los ah, den habe ich noch mhm oh league value gleich catch value oh, deiner league? meiner hat gehalten warum warum? ach ja, paros ich vergaß warum auch immer ich gerade die Biene verkauft habe, frag mich nicht war bestimmt gut ja ich brauchte das Geld, wie es scheint ja helo hei helo helo hm naja, pas schon du gehen wir jetzt oder warten wir bis wir den center und haben schicken einfach dann auch jetzt ja ich das hat man überlegen was ich euch am besten schicken was selten wir mit oder ja einfach die augen auch eine weile nicht hält mir nicht jemand hat den sie auch schon eine ganze war da ich selbst nicht sehr auf den dupen der damit war von heroes hat schon da ist wo 200 giganthus snalus wo das sieht nicht gut aus bei mir warum endest du ich ente nicht so hart muss man nachsichtig sein oder das ist doch mein job sind wir doch aufgeteilt die nicht so hart wie wir machen was anderes die liegen auch nicht so viel als liegen kregen woge gehen so bei uns wird es vielleicht 80 prozent und bei dem vielleicht 10 oh ja oh ja das sieht lecker no pain no gain warum machen unsere grügel uns nicht so viel schaden und deren finischen und zeit einfach es waren also es waren drei grügel uns unterschied und die amal 100 prozent schaden gemacht und unsere 20 ja what is the difference damn